um muss noch warten das Wort ich bin jetzt die Kölner gesteckt Stiftung stellen nicht in Schwarz-Zentrum diese Frau sei diesmal das Erfung ist ja weil er hat er ist nicht gerade besonders Zeit außer das auch kein Zeltung der Bedeutung die Boppelzeiten und mit auch ein Sachen einsammeln wird meine Freunde 2 das ist nicht sein was sie ist nicht so oft gefallen und gefallen ist es schon aufgefallen weil sie nichts ein so ist die selbe kunst du den Herdorfen ist nicht nur sechs Euro ich habe es nicht müssen wir sind ich nicht die Geisterung ich habe mich am Kollegen der Sonne lieflich sie können nämlich ja ohne Witz doch doch hier wird es mir er ist er zu beendet der Anteil endlich mal ein Prozent Land von der Granatwärmung wir sind mal ganz schnell jetzt an Straßenkampf mehr auf die Gala Bummel aus dem Mann so noch musste und die Stadt und alle Fächer kaputt schlafen hießen Proverteil der mich umsonern in der Zeichnung anderen in der Erde das Spiel zu gegen den Prozent der Gala Bum so ungefähr so ich weiß gar nicht ob wir jetzt links oder rechts auf einem von den wegen müssen wir müssen auf jeden fall dahinter rechts verdammter nazi sind da hier die protagonisten aus teil 1 wieder oder irgendwo wir waren nur bei der einen kampagne aber wie gesagt wenn wir jetzt der witz aber langsam wenn wir die einzelnen kampagnen durch rotzeln hier verletzt weil dann können wir uns an die Kampagne verletzt 1 waren und dann quasi so was wie ein dann machen wir eine vor der Episode 1 wie bei Star Wars und so behindert ist schon nach als Mord m ich bin schon auf Prozent 17 Minuten er dann war zu lang für dich ja und tut mir leid das soll verlaufen ja ich lass uns leider einfach wie jetzt kommt die letzte Zone oder die dritte ich schneide jetzt an der Stelle hier dann schneidt doch einfach kommt jetzt die dritte Zone jetzt kommt die letzte Zone also die letzte ja okay dann hatte das Ding nur drei ja hoff ich doch ich glaube das Ding hat ich weiß nicht haben die nicht normalerweise fünf die haben fünf gehabt also jetzt kommt zurück bei Left 4 4 alt die Klasse das war die erste Zone nein das war jetzt die zweite jetzt kommt die dritte Digga was ist los mit dir? ich bin verpeilt ja ich merk das so wenn wir Tab öffnen also wenn wir Tab gedrückt halten dann können wir so ein bisschen sehen das seht ihr okay das Ding hat nur vier vier Sektionen wir sind jetzt bei Nummer drei ich kann Tab gar nicht wo du sie tappt hast derzeit wir sind jetzt bei drei ne? ich hab gehalten mit von dem Neger nicht von dem weißen herrlich erst heilst du mich und dann brichst du ab Alter ja weil du voll gehalten warst hab ich das mir gerade aufgefallen oh shit oh shit ich bin draußen aber ey ich muss meine Festplatte nachher gucken scheiße ich muss auf jeden Fall nachher mal gucken wie viel Platz noch nachher nachher zu tun ich fand es nicht das ist auch so richtig ich bin ich bin ich bin Zeitgeber ich bin die 80er Mann und das Wort du schwuchtel das finde ich jetzt nicht so heute Morgen weiß wer das muss ich finde äh Ulki finden würden der Gerät schläft nicht der Gerät ist in die Chef vor dem Chef und der Gerät schneidet den Dänen schweißfrei du bist der Bühne der Gerät kann das die Schieße mit der Gerät auf das Zombies und warum man die Geräte schneidet die Stimme schweißfrei Zombies und noch eine ich hab mich seit der Eichmann nicht lustig überleute die ich mich und ich freue mich überleute und lustig zu machen die Sprache haben ja Kuhl und Kuhlten Orson Rutsche ich hätte auch mein Gott ich muss hier sowieso lang schweißen kreisung es gibt hinterliefer und sind mehr bis zu den Regen mehr für die Städte Leute 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 die Welt der Erwärter die Welt und fängt mal Prozent was er will tschüss weiter schießen schießen fick dich was zur Hölle soll denn das bitte mich rett gehalt cool das hat gut dafür habe ich die Fragen warum jetzt durch den Monsoon gesunken oder soll ich das verlassen von einem Vieh angegriffen wurde ich schau zu ich schau zu wie hast du das gemacht ich habe einfach ein Gebäude ausmachen was soll sich die Läden springen oder was das Land hat die Sonne gewesen Jockey Jockey lass mich ich treffe immerhin ich bin ganz ich bin schon vor Ort ich weiß nicht wo ihr seid du bist du bist du ist wahnsinnig weit vorne ich bin kaputt wird was er will der Welt die DT 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 die Anerlinische Bissette die DT der DT die DT der Anerlinische Bissette so wie der Sterne weise und Mario zum Mario wird der Einstiegstatt ist wegger die Seck der Hand 4 sie können und sie können eine größte Handzüge der Hand du hast das Englisch und Prozent Prozent der Hand im Gegenteil dieses Bild die Sorge und unsympathische von uns in die Mauer des Hauses werden nicht so romantisch das lebt schön und gut aber und so ich gehe mal weiter mit das jetzt allein Mathe ist schon voll weit doch man das ist immer zum Licht an sein die Wieserschein Kampagne von hintermich haben ich hasse das Ding mehr dann noch auf der durch bin ich bin zu mir wirken die 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 Gruppe eine Art ins Abschluss Warschein der Negativ der Säge von der Hand Zudem aus kurz also dass ich hier mit drinnen würde bei euch Prozent der Pflege und die wirklich ihr holt die aus 5 km Entfernung von das ist eine persönliche beleidigung ja wiederholfen sind ja da vorne hier in der stimmung doch doch ich habe hier ist er kaum wir haben noch schneller wo steckt es ich habe noch nicht also geil okay ich glaube das ist so ein recht guter Spot zumindest können wir nicht sterben so wenig um ein Gott die Schweine kommen ja auch noch mal rum das gilt das waren wir persönliches Geheimnis wir sind die Anliegen von Kippen gemacht wir müssen uns im Weg gehen das game ist scheiße und sagt dumm arigato vielleicht dazu meine güte meine herren und ich habe keine Ahnung und das ist nicht die Klinik macht es nicht irgendwo gebraucht es ist ein der Sumpf Axt ich habe keine Axt die Klinik was machen Sie so weit hinten die Zombie getötet eine Hinten und Schalzer so lange sind so zufrieden Hilfigen gebrauchen und ein Kutschen sind ich hab' den Charger alleine totgemacht, die blöden Wichser hab' gar nicht geholfen Es tut mir leid, wir reden später weiter Tank mal Platt gemacht das Hallo Tank, meine doch, ich hab'n Tank alleine getötet Ich tanze grad mit dem Jockey Flamingo Der ist mir doch scheissiger Schiff, Moment, ich tanze grad hier mit Ich steh' mir gleich, ne? Ich mach' nur so zu Info Ja, 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 ich bin auch gleich down Ah, heizt Maul, zähl und bewegt dein Nachschätzt Die macht doch gar nicht so gut, habt ihr nicht jetzt Heizt Maul Ach, was denn? Äh, ich hab' den Ach, was denn? Ich seh' nicht wen im Schass, Gras Oh, wir haben gesagt, ich hab' ich immer bewundern Und hier ist noch mit O'Helber noch gehen Render zu wenig to-behinderte Schiss, ich hab' mir traurig Betroger undrufe Ich hab' euch Jetzt Alles klar, jetzt haben wir nur noch ein weiße Fonds Warte ich muss mal schützt natürlich und was ist mit der Anwendung er war diese Werte das Volk hat die Fresse er ist der Beste hier die sich nicht der der totes oder ich beobachte jetzt den Schwanz und hoffn nicht stirbst Worte Sparks weil den sieht ja keiner normalerweise Naja, stimmt. Ja. Wo wartest du mich? Er rusht einfach durch. Ich geh' zu schnell laufen. Ey, warte mal, wo ist die Wünsche? Warte, warte, ich renne noch, ich renne noch ein bisschen schneller hier. Geh' mir aus Weg hier. Geh' mir aus Weg! Ey Leute, ihr müsst hier zusammenhalten. Oh shit! Oh shit, nein, nein, nein. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Tissel. Nein, Tissel bewegt dein Arsch. Überlebende, von dem steht dein Überlebende. Ja, wenn du ein Arsch. Du bist schwarz, Tissel, du bist so schwarz. Er ist in den Überlebenden, guck mal, halt dein Maul und bewegt dein Arsch. Aber das steht dein Überlebender. Das ist ja selber. Und da ist noch ein Charter drin. Tissel, du bist so schlecht. Nee, Tissel, du bist so schlecht. Tissel, du bist so schlecht. Nichts! Nichts, das da hinten. Ja, ich seh' das. Was ist das? Das bin ich. Hä? Das bin ich jetzt. Besten Dank. Wir könnten ihn wiederholen, aber... Ja, fickt euch! Nee, rettet euch jetzt mal. Ja, okay, geht da rein, jetzt. Ich bin jetzt rein, alles ist gut. Komm schon! Oh, man. Oh, ich muss mich Gott sagen! Oh, scheiße! Oh, mit dir auch! Oh, Nick! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Dankeschön! Eh, jetzt 27 oder so, das sind jetzt zwei Parts. Okay, dann sagen wir bis zum nächsten Mal und tschüss. Haut rein und ciao, ciao.